moin moin willkommen zurück zu einer weiteren folge marie marius menschen wo ich jetzt sagen luigi's menschen 3 für die switch wir haben nichts mal kein button für nach oben gekommen sondern nach b2 in die wasseranlage wir doch mal dahin genau gespannt kann ja mal ausprobieren aber irgendwie ist der fahrschluss aber noch fahrschuld so wir sind ganz unten bei den mechanikern da waren wir noch nicht gut war eine ganz andere richtung ich kann euch was rein rausholen glaube ich ok da gibt es auch nicht coole aber reinklangen kann ich ja nicht wir sehen einfach dass hier goldene mäuse rumlaufen habe nichts weitergefunden und der chefmechaniker schläft was fand so lustig was wie lustig er es fand mal da rein ok hier braucht man noch gar nicht so und wir machen da kommen wir nicht durch mit ihm das rohr da oben wir einfach nicht hinterher gehen oder ist es abgeschlossen da kommen wir nicht durch aber der kann ja so so nicht durch gucken wir mal hier auf der schlüssel fehlt ja auf der schlüssel gut da sieht so raus wie ein da kannst du durch ok das war es auch nicht richtig ich kann es auch einfach zudrehen weil ich luigi zwar auf meiner seite was aber überhaupt keinen sinn ergibt da können wir nicht durch wenn ich jetzt da reingehe komme ich ja nur auf der anderen seite wieder raus was gibt es denn jetzt noch nicht gesehen haben da oben da ist der schlüssel aber wie kommen wir zum schlüssel hin da ist ein rohr es ist hier hinter versteckt wahrscheinlich das ist drüber ich würde hier hinstellen das ist ja nur lustig für uns also was können wir tun hinten ist nichts weiter da ist Ruhe gekommen kann auch irgendwie hochkommen nicht durch so das war das aus ok das war das aus dann haben wir luigi hier kann der da durchkrabbeln vielleicht mal probieren nee keine ahnung ja ok wenn ich jetzt drüben raus guck mal die bank ziehe ach guck mal das konnte ich ziehen ach wie dumm ok das macht ja auch Sinn denn hm bescheuert das ist ja bescheuert ey dann bin ich mir bescheuert bin ich mir bescheuert dann bin ich mir bescheuert das ist ja dann bin ich mir bescheuert jetzt müssen wir gucken dann müssen wir gucken dass wir das wasser ausbekommen beziehungsweise so dass luigi ja durch kann wahrscheinlich ok noch kurz mal machen dann ist das Ding aber läuft da wasser raus ok wenn ich ihn jetzt hier hinstelle nein das wollte ich nicht scheiße ah man ich sollte noch weiter gehen mal schläger ruhig hm ich kann hier auch irgendwie runter gehen sich gerade ne ich kann doch nicht so wir stellen dich hier hin wir laufen zum anderen haben wir Das war's für heute. Geh, Strom hoch. Sehr gut. War ich noch vielleicht? Ah, okay, ich muss reinpusten. Dann kommt er oben wieder raus. Komm rein. Mhm. Okay, kann man rausholen? Ja. Noch eine Tür? Ja. Alles rein da. Ruhig. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Keine Ahnung wie wir da hinkommen sollen, aber wir gehen erstmal draussen, machen draussen Okay, aber das sind Wasserfälle, das heißt wir können in der Richtung, können wir in der Richtung drehen? Ja so oder so? Müssten wir Luigi in die Mitte stellen, beziehungsweise Fluigi? Gein? Gein? Okay Okay So, jetzt lassen wir einmal einen da hochgehen, ich weiß ob es Luigi oder Fluigi ist, ist auch egal, wir gehen erstmal einen hoch Okay, er kann dann schon keinen Treppen hochgehen Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es nicht geht Warte mal Müssen wir trotzdem mal hier unten, wir brauchen die nochmal, wenn wir unten stehen Da ist der Mechaniker Ja Und dann jetzt? Oh Okay, Fluigi können wir also nicht mehr benutzen Ah 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 Gut, happy Ja 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 Muss gemacht werden, ist die Frage was muss gemacht werden? Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel, Luigi. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Nachrichten verkünden kann. Die Schreckweg-Flu ist wasserdicht. Dieser Geist hat mir den Schalter im Wasserstand manipuliert, deshalb ist jetzt dein Weg blockiert. Probier doch mal, den Abwasserkanal ein und lang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. So. Ah, da sind ein paar Röhre. Da oben ist der Schalter. Kommt da raus? Oder müssen wir da hinkommen? Na, okay, warte mal. Ach, hier haben wir schon eine Kohle. Bin gut. Schön. ok so, dann gehen wir da rein, Fuji ok oh nein oh shit oh, 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 oh ja 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 langer weg hier da sind spikes und mördermäßig schwierigkeit machen können da sind wir da? da sind wir da? da sind wir da? Was? Nein! Hallo! Oh, steiße! Da waren wir wirklich dicht dran! Achso, warte! Direkt jemand! So schnell! So schnell! So schnell! So schnell! So schnell! Oh Und hier hast du wieder. Also ist hier eine Kuhle. Format. Wie kriege ich Luigi wieder da hoch? Ich glaube ich muss das mal in der Hände, Luigi muss das mal durch wahrscheinlich. Geiße. So, wir sind noch mal zurück. Kriegen wir den wieder hoch, ich muss ihn hier rauslassen, warte mal. Nein, Luigi. So. Nein, was mach ich denn da? So, jetzt. Ah, bin ich dumm, ich hab noch gerade jetzt. Haha. So, jetzt. So, jetzt. Oh, man. Mal gucken, ob er durchkommt, ohne der Profit zu landen. Ah, ah! Scheiße, ich wollte die Blitzdingsen, aber Blitzdingsen funktioniert irgendwie nicht. Okay, ja, okay. So ein Mist. Naja, Lucie ist da. So. Nochmal rein. Lucie muss umlaufen. Ah, warte mal. Jetzt hat die Frage, wie wir es gleich machen können. Okay. Okay. Warte mal, ich kann nicht mehr höher kommen leider. Nein! Oh! Nein! Oh! Nein! Nein! Oh, mir geht's. Ah, die kann man nicht. Muss ich die wegsauchen? Was muss ich denn da machen? Nicht so leicht. Aussieht. Scheiße. Scheißen kann ich auch nicht. Oh, kurz warten. Oh, was? Oh, was? Ich kann ja nichts machen da richtig. Können wir abhauen, glaube ich. Ich kann ein paar Sachen auf die Schieße vielleicht. Was ist denn das? Ja, was ist das denn? Kann der andere was machen? Nein. So, jetzt ist die Frage, was wir da machen können. Oh, shit. Was können wir da machen? Also, keine Ahnung Ich hätte jetzt einfach mal Vielleicht nochmal noch, bevor wir was haben Also besiegen kann ich die eigentlich nicht Die kommen ja an und picken nicht gleich ab Eine leichte Beute für die Dann können wir die, können wir die irgendwie loswerden Okay Komm wir hierher Eine Richtung Die andere Richtung Die andere Richtung Was, fangen wir einfach hier durch? Was sind die Hei aber trotzdem? Oder auch nicht So Ah, sind wir unten? Luigi Muss er einfach mit Strom machen? Da ist doch Kohle, ja Das ist natürlich doof, hier wird er natürlich sofort kaputt gehen Da ist der Schalter Da ist der Schalter Das ist der Schalter Da ist doch ein verdammt das wird tatsächlich kurz mein programm abgeschmiert aber nicht schlimm nicht viel verpasst aber ich habe nur die schalter umgestellt damit ich da hochkommen flüge kann da jetzt durch oder kann auf jeden fall durchschicken ich schalte jetzt so gedreht dass er direkt nach oben kommt aber wenn ich da oben drücken vielleicht mit dem pümpel ok was jetzt passiert das wasser geht wieder runter wahrscheinlich sehr gut sehr gut sehr gut ja gut ja ja gut ja das ist ja gut geholfen sehr gut das hat schon wieder normal dann geh jetzt hin zurück woher gekommen bist und knapp den techniker vor ich kann jetzt noch weg diese kiste neben auch die kiste hier geht es durch hier kommt wohl nicht mehr weiter es wäre am besten umzudrehen und den techniker zu verfolgen aber ich dachte es geht hier auch noch weiter aber hier geht es anscheinend weiter dann gehen wir den techniker hinterher hier sind wir noch Und jetzt gehen wir da rein. Was bringt das? Achso, ein Sticks Ding, okay. Ich kann leider nicht blenden, aber richtig. Oh, ich kann nicht blenden. Geht's zurück? Schatzkisse. Okay, ist keine richtige. Oh, ich bin drüber. Oh, ich bin drüber. Jetzt auch? Ich bin drüber. Geht's auch noch hoch? Und da rein? Okay, da waren wir schon. Gehen wir raus? Jetzt können wir runter. Okay. Die Truhe, die man noch holen könnte. Ich frage, ob wir es wohl wollen. Da ist ein Schlüssel drin, könnte ich sagen. Das ist normal, ob ein Schlüssel drin ist. Okay, der ist noch weiter. Da sind drin. Gold. Aber wir gucken, ob wir von der anderen Seite sind. Oh. Da. Wir sehen das Ding mal auf hier. Ah, komm mal auf rein. Nein. Hallo? 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 Wo oben sitzt der doch? Lebt schon wieder. Hat ein paar Minen um sich rum. Ist natürlich nicht so cool. Ah. Oh, oh. Der Mario. Quatsch, der Luigi lernt doch nicht dazu, ne? Oh, oh. Wasser. Da müssen die Treppe hoch, soll ich sagen. Oder auch nicht. Oh, ein cooler Plansch-Party. Du bist so cool. Ah! Oh! Okay, wir wollen jetzt ein Leben hier. Oh, was ist denn das? Wie kann ich ihn denn stoppen? Nein! Oh! Ärgerlich. So, okay, jetzt weiß ich aber wie, glaub ich. Nein! Oh! Shit! Oh, dieses erste Mal können wir sehen, dass passiert, wenn man stirbt. Dann ist man auch einen durchgefangen. Ärgerlich. Gute Nacht. Aber das war nicht so schön. Natürlich fortsetzen, ne? Hey, 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 hey! Okay, den müssen wir anders angehen. Aber ich glaube, wenn der sich dreht, kann ich einen Blitzdingsen. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn der auf dem Wasser da zu steuern. Also, das ist wirklich nicht so einfach. Komm mal rein. Ach ja. Kann man das auch rüberspringen? Muss man sich die ganze Kacke noch mal angucken. Ne, man muss sich das Ganze noch mal angucken. Wenn ich das schon einmal gemacht habe, könnte man das auch rüberspringen wollen lassen, oder? Ach ja. Oh nein. Und wieder die gute Aliquidje-Händel. Oh, hoffen wir uns nicht mal Marsch sterben, wenn wir die ganze Scheiße nicht mehr mal angucken müssen. Schmeiß ich ihn doch weg. Aber... Ich glaube, wir müssen einfach nur ausweichen erstmal. Wir müssen einfach nur ausweichen erstmal. Oh, dann! Wo bin ich da hin schon erkundigt? Wo bin ich da hin schon erkundigt? Okay. Wim ich da hin. Das geht nicht? Ah! Oh! Das Ding ist bieb jetzt. Nein! Oh! Ich dachte, ich hätte dich daran gewesen. Ah! Ärgerlich! Oh! 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 Ich dachte, ich hätte dich daran gewesen. Oh! Oh! immer wieder immer wieder da jetzt ist ja nicht benebelt da habe ich ihn und so geht das ich müsste sich jetzt raus und ihn hochheben wahrscheinlich das ist zu langsam wenn ich ja mann okay aber jetzt wissen wir wie es geht was gibt es nicht das gibt es nicht ja ist das schwer diese steuerung die macht das echt fast unmöglich das lauf luigi war es auch so langsam ne ja 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 naja ja ja nein das krieg ich auch nicht hin echt nicht drückt das schon immer wie so ein bescheuer das wird nichts das steuern echt ätzend hier ja das was das ist die steuern ist echt scheiße das steuern ist echt mal zum kotzen das könnten wir auch anders machen echt echt mal eine beklagte steuerung was angeht wahrscheinlich gar kein problem damit haben ich finde es total nervig gerade also wirklich noch mal rein ich schneide es weg oh 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 so noch mal das ganze ich hasse das oh man es ist so kacke das kann doch alles gelöst werden das ist ein Leben oh das gibt es doch gar nicht oh das macht mich total sauer das ist auch so langsam luigi oh 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 okay oh no das ist so das ist so langsam echt und jetzt fällt noch hin und muss auch ewig um aufzustehen das ist doch bescheuert gemacht all das normalen da habe ich hier vorne mal das ist doch bescheuert das schaffe ich doch niemals da einmal rumzukommen also ganz im ernst kann doch vergessen man aufnehmen luigi lauf doch mal dahin cool gewesen wenn er nicht drauf das kann man ja 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8,9, 9, 10, 9, 11, 10, 10. Da ist auch ein Nerf Bödel. Ah, du wöder mich gar nicht an. Der ist doch nur ins Wasser gefallen, ist nicht schlimm. So, komm, wir machen schnell die Schalte aus. Was er singt? Man, 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 das war ja ein Akte. So, komm. Die Nummer 10! Wow! Ja, ja! Ok, ok. Wollt mich ein bisschen? So. Geht's jetzt hier raus? Hier nix? Das möchte ich nicht, er ist dann runter. Oder das ist nicht. Ok, dann liegt er hier. Ist auch nicht verkehrt. Und zurück. So, und wie jede Folge ändert sich beim Fahrstuhl. Und wir packen Nummer 10 da rein. Oh, ja! Haha! Yeah! Hm? Oh, oh! Oh, yeah! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Bis dahin, tschüss! Da macht's mich kurz wieder. Böcke... Oh, ja! Ja, das ist später. Eich schon drinnen. Da über licz住 das alles fest haben als Ab Service. Das war ich With Ni, bevorste schon noch etwas Nacht NASA. Ja, das funktioniert noch targett. Hier kennt mich jetzt nur ein paar Faktcodone. Vielen Dank.